Ja, kleine Maus! Ja, hallo! Ducky Mann! Was ist los, Ducky? Das ist unser Bewegungsmelder, ne? Ein Fremder kommt an dir nicht unangekündigt vorbei, ne? Ja, ne? Mein Schatzi-Bärchen. Du sitzt immer am Computer neben meiner linken Hand, ne? Ja, oder linken Arm und hältst dann die Hand fest, ne? Legst immer die Pfötchen drauf, ne? Super anhänglich bist du, ne? Wenn ich auf der Couch lieg, dann bist du mit den Wuffis auch immer mit dabei, ne? Du Schnuie-Püppi! Und Simba! Paulinchen noch nicht. Vielleicht kommt das eines Tages auch mal. Hm, Pupsi-Mann? Na, schon wieder ne Mücke auf dir. Na, die wird doch gar nicht. Ja, ich schmeiß schon, alter Herr. Der wird nur von Mücken umkreist, das ist eklig. Also, der hat leckeres Blut.